Herzlich Willkommen zum Artikel von Juri Pasholok, Militärhistoriker über die 7,5 cm schräger 5,5 cm Panzerabwehrkanone Pak 41 mit dem kolonischen Lauf. Eine deutsche Kanone, die erbeutet wurde im zweiten Weltkrieg und in der Sowjetunion erprobt. Darüber ein Artikel. Die Idee den Lauf konisch zu gestalten, um dadurch die Mündungsgeschwindigkeit des Projektils am Rohrausgang zu erhöhen, wurde in mehreren Ländern im 20. Jahrhundert ausgetüftelt. Doch diese Idee wurde am weitesten weiterentwickelt in Deutschland. Entwickelt haben das die deutschen Konstrukteure Puff und Gerlich, wobei der Gerlich in bislang ungeahnte Höhen für die Projektilgeschwindigkeit gelangte. Gerlich, der unter mysteriösen Umständen in den USA verstarrt, konnte seine Entwicklung nicht weiter verfolgen oder nutzen. Aber deutschen Konzerne haben die Idee aufgegriffen und diese auch weiter verfolgt. Zuallererst Mauser, wo die 2,8 cm schwere Panzerbüchse 41 entwickelt wurde. Wobei diese Panzerbüchse so groß ist, dass sie eigentlich schon als Panzerabwehrkanone bezeichnet werden muss. Das Kaliber ging von anfänglichen 28 Millimeter bis auf 20 Millimeter zum Kanonenauslauf runter. Größere Systeme, nach Gerlich seinem Prinzip, haben die Firmen Krupp und Rheinmetall entwickelt und im Endergebnis hatte die Firma Rheinmetall die leichte Panzerabwehrkanone 4,2 cm Pack 41 erschaffen, die ein Kaliber von 42 auf 28 Millimeter hatte. Und sie wurde in einer kleinen Serie gebaut. Es gab eine Ausschreibung für ein größeres System zwischen Rheinmetall und Krupp und Krupp hat diese Ausschreibung gewonnen mit ihrer 7,5 cm Pack 41 und diese hatte ein Kaliber von 75 Millimeter auf 55 Millimeter zum Rohrausgang. Es gab auch eine Panzerversion davon mit dem koinischen Lauf von 75 auf 55 Millimeter und diese kam als Ergebnis der Forderung von Adolf Hitler zustande die Feuerkraft der zukünftigen schweren Panzer zu erhöhen. Und während man bei Porsche den bewährten Weg gegangen ist und hatte zusammen mit Krupp einen Turm entwickelt, in dem dann eine Kanone, die auf der Flugabwehrkanone 8,8 cm basierte, entwickelte. KWK 36 L 56. So hat Henschel einen exotischen Weg eingeschlagen. In ihren zukünftigen schweren Panzer, den VK 36 01, haben sie die Waffe 0725 mit dem koinischen Lauf eingebaut. Wir wissen ja, dass der Hitler in modernen Dokus gerne als ein Verrückter dargestellt wird, aber auch hier hatte er seine Bedenken geäußert in diesem Fall. Und es gab tatsächlich Anlass dazu, denn bei jedem Schuss werden aus dem Lauf bei dieser Kanone ein Kilogramm Wolfram verschleudert, der ein Metall, das äußerst selten und teuer ist. Also es ist zwar schwer, aber schwer zu bekommen auch. Henschel versuchte Hitler zu überreden und von der Kanone, von der tollen Kanone zu überzeugen. Und so blieb die Waffe 0725 als die Hauptwaffe für das Projekt VK 36 01. Eine lange Zeit, bis man dann auf die Idee kam, die 75 mm Kanone KWK 42 L 70 da rein zu bringen. Doch das passierte dann nicht. Und von der Waffe 0725 wurden zwei Stück gebaut. Doch sie wurden nicht in den Turm dieses VK 36 01 Projektes reingebaut. Das Funktionsprinzip dieser Kanonen war dasselbe wie das von Gerlich Entwicklung. Durch die rekordverdächtige Kanonenlänge für deutsche in Serie gebaute Panzerabwehrkanonen der damaligen Zeit mit 74 1,5 Kalibern Lauflänge erreichte das Projektil eine damals unerhörte Geschwindigkeit von 1260 m pro Sekunde für die Panzergranate 41 Hartkern. Wegen der spezifischen Rohrkonstruktion der 7,5 cm Pack 41 konnten bei panzerbrechenden Granaten nur Unterkalibergeschosse verwendet werden. Dabei musste der Kern nicht einmal aus Wolfram gefertigt werden. Wolfram wurde nur bei der Panzergranate 41 Hartkern verwendet. Es gab natürlich auch Geschosse mit einem Kern aus Stahl. Zum Beispiel die Panzergranate 41 Stahlkern oder die Panzergranate 41 W Wotan. Doch die Granaten mit einem Stahlkern hatten sehr viel bescheidenere Durchschlagstärken als die aus Wolfram. Insbesondere traf das auf die Panzergranate 41 Wotan zu. Diese hatte einen Vorteil gegenüber der normalen 7,5 cm Kanone Pack 40 nur in kurzer Distanz und das ist eigentlich ein Problem dieser konischen Kanonen. Auf einer Distanz von einem Kilometer fingen sie an schlechter abzuschneiden als normale Kanonen. Und ab 1,5 Kilometer Distanz war der Unterschied bereits dermaßen groß, dass klar wird warum die gesamte Bestellung für die 7,5 cm Pack 41 insgesamt nur 150 Geschütze betrug. Sie wurden vom März bis Mai 1942 gefertigt. Bereits im Sommer 1942 fanden sie den Weg zu der Truppe. Obwohl dieses Programm so endete, sollte man nicht drüber lachen. Denn in den 30er, 40er Jahren wurde sehr viel mit verschiedenen Waffensystemen experimentiert und die Systeme mit dem konischen Lauf, das war auch so ein Experiment. Nicht alle Systeme waren erfolgreich. So zum Beispiel, wenn man UdSSR nimmt als Beispiel, haben sie in den 30er Jahren sehr viel mit rückstoßfreien Kanonen experimentiert. Diese wurden von einem Entwickler Kurczewski sehr stark umworben und später ist es so gekommen, dass man sehr enttäuscht von den Leistungen war. Und im Endeffekt hatte man in der UdSSR die nächsten zehn Jahre lang Allergie gehabt gegen rückstoßfreie Kanonen, während die Deutschen und die Amerikaner diese entwickelt und erfolgreich eingesetzt haben in Form von Bazooka oder Panzerschreck. Auch die Kanonen mit konischem Lauf wurden eingesetzt und der Höhepunkt des Einsatzes kam so 1942, 1943 und diese haben sehr viel Blut den sowjetischen Panzerfahrern getrunken. Ein großer Teil der abgeschossenen sowjetischen Technik bei der Rhev Offensive ab dem 30. Juli 1942 kam ausgerechnet auf diese Kanonen. Sie konnten ziemlich leicht alle Typen der Panzertechnik der Roten Armee durchschlagen auf hohe Distanz, höhere Distanz als die PAK 40 zum Beispiel. Unter anderem wurden die Kanonen von der 205. Infanteriedivision eingesetzt, die bei Veliki Luki kämpfte. Außer der Benutzung von teuren Wolframgeschossen und der raschen Abnahme der Durchschlagsleistung auf einer Distanz von einem Kilometer hatte die 7,5 cm PAK 41 einen weiteren spezifischen Nachteil. Und zwar bedingt durch die konische Form des Rohres hatte der Lauf eine höhere Abnutzung als der normale Lauf einer Kanone. Die Lebensdauer eines Rohres betrug nur 250 Schuss. Die Entwicklung von Krupp gewann den Wettbewerb eigentlich nur aufgrund dessen, dass das Rohr sich aus drei Teilen zusammensetzt. Und dadurch konnte man die Sektion, die sich am meisten verschließen hatte, austauschen, schnell austauschen und somit Kosten sparen. Doch es wäre leichtsinnig zu glauben, dass man genügend Ersatzteile für das Rohr vorrätig hatte. Denn bei intensiven Gefechtsführung hatte man die 250 Schuss sehr schnell erreicht. Und deswegen gingen die Kanonen reihenweise kaputt. Man hatte die Modelle, für die man keine Ersatzteile hatte, für Ersatzteile ausgeschlachtet erstmal. Und letztendlich ab Juli 1943 hat man es aufgegeben und die Kanonen komplett von der Truppe entnommen. Die erste Offensive bei Rzhev wurde zur Feuertaufe dieser Geschütze und gleichzeitig gab es dort den ersten Fall der Erbeutung durch die Rote Armee. Mindestens eine Kanone wurde erbeutet und davon gab es einen Bericht nach oben zum Kommando. Die Kanone wurde als eine 57 mm Panzerwehrkanone mit einem konischen Lauf identifiziert. Und sofort hat man sich an den Görlich erinnert da. Den Originalbericht seht ihr im Bild. Bereits am 3. Oktober hatte Generalmajor Hochloff ein Programm unterschrieben zur Erprobung dieser Waffe. Sie wurde genannt als die 75 mm schwere deutsche Panzerabwehrkanone Modell 1941, Pack 41. Und außer der Kanone hatte man 6 Schuss Panzerwehrgranaten. Man hatte zwar etwas mehr erbeutet, aber ein Teil davon ging für Forschungszwecke drauf. Es wundert nicht, dass die Kanone als schwer bezeichnet wurde, denn sie wog im Gefechtszustand 1400 kg, was für eine Panzerabwehrkanone nicht wenig ist. Doch die 7,5 cm Pack 40 war nochmal um 100 kg schwerer. Pack 41 war leichter als die Pack 40 durch die ausgeklügelte Konstruktion. Das Schild war auch ungewöhnlich, ich hatte eine besondere Konstruktion. Es bestand aus zwei Panzerplatten je 7 mm Dicke. Zwischen den Panzerplatten war etwas Luft und die Platten wurden miteinander verbunden. In der Theorie, durch die Konstruktion aus zwei Panzerplatten, konnte man die Schilder nicht mal aus nächster Nähe mit einer Gewehrkugel durchschlagen. Am Testgelände kam die Waffe am 22. Oktober 1942 an, samt der Munition. Dabei war unbekannt, wie stark das Rohr bereits verschlissen war. Die Entwickler der Kanone hatten scheinbar keine leichten Wege gesucht, denn die Waffe hatte nicht das standardmäßige Zielfernrohr 3x8, das auf alle deutschen Panzerabwehrkanonen verbaut wurde, angefangen mit der Pack 38. Diese Kanone hatte ein Panoramavisier SFL ZF1. Für Divisionskanonen war das ziemlich normal, dass da ein Panoramavisier verwendet wurde, doch nicht für eine Panzerabwehrkanone. Also wenn da beim Direktbeschuss zum Beispiel das Visier beschädigt wird, dann hat man gar keine Möglichkeit mehr die Kanone anzurichten. Pack 41 hatte nicht einmal einen Ausschnitt für ein normales Visier und hier blieb den Testern nichts übrig. Sie mussten die Kanone über das Rohr aufrichten. Die ersten fünf Tage hat man dann die Kanone erstmal zerlegt und komplett wieder zusammengebaut, um die Konstruktion zu verstehen. Entsprechend dem bestimmten Versuchsprogramm sollten drei Schüsse ausgeführt werden aus einer Distanz von 1000 Meter, um die Mündungsgeschwindigkeit und andere Werte ermitteln zu können. Und weitere drei Schuss sollten der Bestimmung der Durchschlagsleistung dienen. Geschossen wurde offenbar mit der Panzergranate 41 Hartkern, mit dem Wolframkern und scheinbar war das Rohr bereits etwas verschlissen, denn man hat nur eine Mündungsgeschwindigkeit von 1190 Metern pro Sekunde erhalten. Wegen dem fehlenden Visier hatte man den ersten Schuss zu kurz gesetzt, um 300 Meter. Notiert hat man, dass die Kanone sehr stabil bleibt beim Schuss und hüpft nur ein bisschen hoch. Jedoch hatten die Richtmechanismen ein großes Spiel. Bei der Ermittlung der Durchschlagsleistung ist man dann auf weitere Probleme gestoßen. Zuerst hatte die erforderliche Panzerplatte gefehlt, die hätte eine Dicke von 120 Millimeter haben sollen. Deswegen hat man stattdessen eine 45 Millimeter dicke Platte genommen, die an eine 100 Millimeter dicke Platte angelehnt wurde. Beide Platten waren 1,2 x 1,2 Meter groß und hatten verschiedene Härtungsgrade. Sie wurden unter einem Winkel von 30 Grad angestellt. Dabei hatte die 100 Millimeter dicke Platte um bis zu 25 Millimeter Durchbiegung gehabt. Das führte dazu, dass man bei diesem Schichtkuchen quasi ein 30 Millimeter dicke Luftspalt hatte. Und beim Beschuss gab es dann weitere Probleme. Wegen dem fehlenden Visier hatte man aus der Distanz von 200 Meter gar nicht getroffen. Aus der Distanz von 100 Metern traf man den Holzenenständer. Nur der dritte Schuss ging ins Ziel. Dieser Schuss wurde aus der Entfernung von 75 Meter gemacht. Und die Platte, die 45 Millimeter dick war, wurde natürlich komplett durchschlagen. Und dann in der 100 Millimeter Platte hatte das Geschoss eine Delle reingeschlagen und blieb dort stecken. Diese Ergebnisse könnten beim Zuschauer natürlich ein Lächeln hervorrufen. Man könnte meinen, die Schützen konnten nicht schießen, konnten keine Kanone bedienen. Doch die wahren Gründe sind anders. Und zwar wie bereits gesagt, hatte bei der Kanone das Visier gefällt. Dann gab es keine Öffnung zum Zielen. Also für den Anbau eines normalen Visiers gab es keine Öffnung in dem Schild. Und drittens hatte das Rohr bereits einen Verschleiß gezeigt. Und durch weitere Schüsse ging der Verschleiß noch weiter nach oben. Weswegen sich auch das Verhalten des Projektils mit jedem Schuss endete. Die gleichen Probleme hatten nämlich die Truppenteile, die diese Kanonen eingesetzt haben. Und nach Meinung der Spezialisten von der Kommission konnte diese Kanone in jedem Fall aus 75 Meter eine 120 Millimeter dicke Platte bei einem Winkel von 30 Grad durchschlagen. In den Informationsblättern wurde angegeben, dass die Kanone aus 500 Meter sogar 195 Millimeter Panzerstahl durchschlagen könnte. Und aus einem Kilometer konnte sie angeblich 170 Millimeter durchschlagen. In der Wirklichkeit ist das ein Fehler, denn 198 Millimeter konnten aus 100 Meter durchschlagen werden und 172 Millimeter aus 500 Meter. Auf einen Kilometer Entfernung konnte immer noch 140 Millimeter durchschlagen werden und weiterhin sank die Durchschlagsleistung rapide ab. Im weiteren kam die Kanone auf die Trophäenausstellung in Moskau und im weiteren Verlauf der Kampfhandlungen konnten sogar weitere 7,5 Zentimeter Pack 41 erbeutet werden. Das gab Anlass für die Erstellung einer Beschreibung. Auf der Basis dieser Beschreibung wurde eine kurze Anleitung erstellt und dort wurde auch das Visier beschrieben, wie man das einsetzen könnte. Es wurden auch die Munitionstypen dargestellt, aber nur die Panzergranate 41 Hartkern und die Sprenggranate. Ob die erbeuteten Pack 41 bei der Roten Armee eingesetzt wurden, ist offen. Also haben die Sowjets bereits im Juli 1943 ein eigenes Projekt einer sogenannten Bikaliber, also Doppelkaliber genannten 70 schräger 50 Millimeter Panzerabwehrkanone IM1 vorgestellt. Diese basierte auf der Lafette der 45 Millimeter Panzerabwehrkanone M6. Die deutschen Wurzel waren in dieser Konstruktion sehr gut erkennbar. Jedoch wurde nicht einmal ein Testobjekt gebaut und bereits 1944 kühlte man zu dem Thema komplett ab. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe dieser Artikel war interessant für euch. Ihr habt etwas Neues erfahren, hoffe ich. Und vielleicht könnt ihr mich unterstützen durch ein Finger hoch und eventuell auch mein aktuelles Buchprojekt unterstützen. Das wäre sehr nett von euch. Alle Links dazu unten in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten. Ciao. Besonderen Dank an meine Abonnenten hier auf YouTube und alle, die mich sonst finanziell unterstützen. Das ist natürlich eine große Hilfe für mich. Vielen Dank. Tschüss.